Hi Leute, heute präsentiere ich euch meinen Manga Monats Update vom Monat Oktober und dieses Monat sind es nur drei Mangas geworden und zwar sind alle vom Verlag Tokyo Pop. Fangen wir an mit Miyaku auf den Schwingen der Zeit Teil 4 von Kyoko Kumagai. Es hat 7,20 Euro gekostet und ich liebe diesen Manga. Er hat leider keine Farbseite, so wie jeder Manga von Miyaku, aber ich liebe diese Story und ich freue mich schon auf den nächsten Teil davon. Da war auch noch ein neues Shouya-Programm dabei und zwar sieht das Ganze so aus. Der nächste Manga ist Mein göttlicher Verehrer Teil 3. Ich finde das Cover von diesem so schön. Es ist das schönste bisher von diesen drei Teilen, die es bis jetzt gibt. Er hat 7,60 Euro gekostet und ist Romance. Er hat eine so süße Farbseite. Also das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich den Manga aufgemacht habe. Und ansonsten finde ich die Story ist auch sehr, sehr niedlich und ich freue mich auf den nächsten Teil. Da waren auch noch Extras dabei, neben dem Shouya-Programm. Und zwar so ein Dress-Up-Hanabichi, das ich jetzt aber nicht ausgeschnitten habe, weil ich mir zu faul war und ich ehrlich gesagt auch keine Lust darauf hatte, irgendwas zu basteln. So sieht es auf jeden Fall aus. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn es dann fertig ist. Dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten für diesen Monat. Und zwar ist das Ein Freund für Nanooka. Nanooka Nakea Teil 2. Dieses Mal finde ich das Cover nicht mehr so schön wie beim ersten Teil. Ich finde eher die Rückseite schön. Und zwar hat dieser Manga 7,60 Euro gekostet und ist Romance. Ich feiere diesen Manga. Ich habe den jetzt noch nicht gelesen, weil ich am Teil 1 dabei bin gerade und dort gerade die Hälfte gelesen habe. Aber ich freue mich, denn die Story gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Yo, das war also das kleine Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Dämpchen nach oben. Wer jeden neuen Abonnenten hat, über jedes Kommentar. Da freue ich mich natürlich auch sehr. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche im nächsten Video. Wieder, ob das da hin, haut, raus, macht es gut. Ciao.